Grüßt euch. Ich wollte euch jetzt mal was vorlesen. Ich meine, jeder kennt es. Dr. Sommer aus der Bravo. Ich muss euch das jetzt nicht vorlesen, aber wie zerlegt es da. Das ist so geil. Alles, pass auf. Markus 14. Lieber Dr. Sommer, ich möchte bald zum ersten Mal mit meiner Freundin schlafen. Meine Freundin hat mir gesagt, dass dabei das Jung von euch entplatzt. Nun habe ich Angst, dass meine Eltern durch den Knall wachen. Das ist ja nicht. Ja, Frau, die werden... Oh, ich wollte es dir da aus. Pass auf. Dann gibt es da total die Refe. Ich gucke immer. Ich gebe es auf. ...de ich mich selbst. Hahaha. Hahaha.